Der Great Reset vom World Economic Forum hat eine umfangreiche Agenda. Unter anderem soll das Bargeld abgeschafft werden und eine digitale Währung eingeführt werden, um die Menschen besser kontrollieren zu können. Nun scheinen die Träume von Klaus Schwab wahr zu werden. Die erste Volksbank in Deutschland verbietet ab Dezember Bargeld und weitere werden folgen. Alle Details dazu gibt es in diesem Video. Los geht's! Die Webseiten Chip und Techbook hatten vor kurzem darüber berichtet, dass die erste Bank in Deutschland das Bargeld abschafft. Und zwar handelt es sich dabei um die Raiffeisenbank Hochtaunus. Die Raiffeisenbank Hochtaunus schließt ab 1. Dezember diesen Jahres ihre Filialen und versorgt ihre Kunden auch nicht mehr mit Bargeld. Und damit ist sie die erste Volksbank in Deutschland, die diesen radikalen Schritt geht. Und der Chef der Bank, Achim Brunner, sagt dazu, Wir vollziehen einen Schritt, vor dem viele andere, vor allem kleine Genossenschaftsbanken auch stehen. Er geht also davon aus, dass sie jetzt quasi ein Vorbild sind und viele andere kleine Banken dem Ganzen folgen werden. Die Bank hatte ihre Kunden daraufhin über Brief informiert. Ja, und in dem Brief stand, Ein- und Auszahlungen werden in der Filiale sowohl am Schalter als auch am Geldautomat in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das gilt auch für die Zentrale, in der nur noch Beratungen angeboten werden. Und damit wird auch dann dieses ganze Full-Service-Konto abgeschafft, was sie hier angeboten kann. Und die Kunden können dann quasi ihr jetziges Konto und ein reines Online-Konto umwandeln. Das sind doch tolle Nachrichten für die ganzen online-affinen Rentner ab 60. Trotzdem kann man immer noch irgendwie Bargeld bekommen, haben sie geschrieben. Das Geld bekommen die Kunden beispielsweise über Automaten anderer Banken, wo sie weltweit 52 Mal im Jahr kostenlos Bargeld abheben können. Außerdem können sie natürlich noch in Supermärkten und Drogerien außerdem Geld abheben dort an der Kasse. Dort liegt der maximale Betrag aber bei 200 Euro. Also man bekommt noch Geld, aber halt nicht mehr bei der Bank, sondern bei anderen Banken. Ja, aber wenn andere Banken jetzt auch reihenweise dicht machen und das gleiche System folgen, fragt sich, wo man dann überhaupt noch Bargeld bekommt. Der Chef Arjen Brunner begründet diesen Schritt wie folgt. Im Schnitt haben wir pro Stunde über alle bestehenden Vielfalt zwei Besucher. Die Zahl der Bargeldtransaktionen lag zuletzt bei rund 10 pro Tag. Er sagt damit indirekt, dass es für sich sein Institut wegen der mangelnden Zahl an Kundenbesuchen nicht mehr lohne, eine Infrastruktur für Gelddienstleistungen in der Fläche aufrechtzuerhalten. Nun gut, für die Bank mag das jetzt vielleicht ein praktischer, veranlagter Schritt sein. Ja, weiß ich, für die nicht mehr rechnet. Aber für alle Verfechter des Bargeldes ist das natürlich ein riesengroßer Rückschritt nach hinten. Und da muss man sich fragen, warum ist das so ein großer Rückschritt und warum wird die Debatte so intensiv geführt? Hauptsächlich natürlich aus zwei Gründen. Einmal natürlich wegen dem kriminellen Missbrauch, wie man es vor kurzem ja auch in China gesehen hat. Und zweitens natürlich auch vor der Angst des Great Resets und seiner digitalen Währung. Aber gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Fangen wir mal mit dem kriminellen Missbrauch in China ein. Anfang des Jahres gab es ja in China massive Probleme mit dem Bargeld. Über 400.000 Menschen hatten dann quasi keinen Zugriff mehr auf ihr Geld, da den Banken einfach das Geld ausging und die Banken kurz vor der Pleite standen. Und das war auch nur die offizielle kommunizierte Zahl, die sie dort hatten. Normalerweise bringst du ja dein Bargeld zur Bank oder bekommst es halt dann überwiesen. Und dafür bekommst du dann deine Zinsen. Und die Bank verleiht dieses Geld natürlich weiter und bekommt auch Zinsen. Also immer wenn du auf dein Konto schaust, ist das Geld zwar da und du könntest es eigentlich abheben, aber das ist ein Trugschluss. Weil dieses System, was die Banken fahren, das heißt ja das Mindestreservesystem. Die Bank darf mehr weiterverleihen, mehr Kredite ausgeben, als sie eigentlich hat und muss immer eine Mindestreserve behalten. Sagen wir mal 10%. Also 10% des Geldes, was die Bank wirklich an Einlagen hat, können auch andere Prozente sein, das muss sie da behalten und den Rest kann sie weiterverleihen. Sagen wir mal, du bringst 1.000 Euro zur Bank, legst dein Geld dort an oder dein Arbeitgeber überweist dir 1.000 Euro, dann darf die Bank 10.000 Euro an Krediten weitergeben. Weil 10% davon sind 1.000, das muss sie auf der Bank lassen. Also sie gibt immer ein Zehnfaches von dem raus, was sie eigentlich hat. Und in Zeiten mit wachsender Wirtschaft funktioniert das natürlich auch sehr, sehr gut, aber es gibt einfach das große Risiko des Bankruns. Wenn also die Bürger ihr Geld in Gefahr sehen und dann ihr Geld abheben wollen, dann könnten sie das zumindest rein theoretisch machen, aber da die Bank ja gar nicht so viel Geld hat, sondern nur 10% von dem, was die Bürger hingebracht haben, ist nicht mehr für alle Geld da. Das heißt, die Ersten, die ihr Geld abholen, die kriegen noch welches, aber die Nächsten, die dann kommen, die gehen dann leer aus. Und das ist natürlich ein Problem, was man mit Bargeld nicht hätte. Weil das Bargeld, das hast du, ja, und das kann dir erstmal dann keiner wegnehmen. Aber das Geld auf dem Konto, was dann teilweise noch digital zur Verfügung steht, das ist halt ein großes Problem. Und genau das ist halt in China passiert. Dort wollte halt ein Großteil der Kunden ihr Geld abheben, weil sie das Vertrauen in das Bankensystem verloren haben. Ja, und das konnten die Banken aber dann nicht mehr. Die Banken konnten das Geld nicht mehr rausgeben, sie sind pleite gegangen. Und das sind dann insgesamt bei vier Banken in Henan passiert. Die haben dann die Bargeldauszahlung komplett gestoppt. Und das waren insgesamt viele Millionen von Dollar von Bankeinlagen, die dann am 18. April einfach eingefroren worden sind. Also überleg mal, du brauchst Geld, ja, du musst deine Miete bezahlen, du musst am Supermarkt Essen kaufen, aber es geht nicht mehr, weil dein Geld einfach eingefroren ist. Und wenn du kein Bargeld hast, dann bist du einfach angearscht. Und die Bank hat das damals in China erstmal begründet mit einem IT-Update, wo es zu Problemen kamen. Ja, so viele tausende Menschen konnten ihr Geld nicht abheben. Und da haben natürlich auch protestiert. Die Leute, die wollten natürlich Geld haben. Die Proteste wurden dann niedergeschlagen. Es wurden dann sogar noch die Corona-Warn-App damals missbraucht. Ja, weil die Leute sind zu den Banken gereist, wollten ihr Geld abholen, wollten protestieren. Und just als sie dort ankamen bei den Protesten, da wurden einfach dann ihre Corona-Warn-Apps auf rot gegangen. Und die wurden dann sofort in die Quarantäne geschickt, sodass sie nicht protestieren konnten. Also das ist echt krimenkrank, was da passiert ist. Und am Ende haben sie aufgeklärt, musste China auch eingestehen, ja, es gab laut Polizei eine kriminelle Bande, die schon seit 2011 mehrere Geldinstitute unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ja, und dann mit Hilfe von fiktiven Darlehen Geld einfach ins Ausland überwiesen hat und da natürlich, ja, Geld gestohlen hat, weswegen das Geld einfach dann nicht mehr verfügbar war und die Leute ihr Geld nicht mehr abheben konnten. Und gerade wegen diesem Risikos, ja, dass du eventuell Geld brauchst und dann vielleicht im Zweifel keins abheben kannst, ja, wie zum Beispiel auch bei einem Blackout, dann kannst du kein Geld mehr abheben, dann funktionieren viele Infrastrukturen nicht mehr, ja. Aufgrund dessen wollen die Leute nicht nur auf digitales Geld angewiesen sein, sondern wollen natürlich auch Bargeld zu Hause haben. Und bei mir war es gerade erst gestern wieder der Fall, ja, hier in Costa Rica. Wir haben hier ständig diese Probleme, weil hier in Costa Rica haben wir öfter mal Stromausfälle, so kleinere, so, auch wenn die bloß eine halbe Stunde dauern, ja, und dann natürlich auch das Internet weg. Und da war ich gerade an der Tankstelle, wollte tanken, habe getankt, ja, und dann sagt mir die Frau, ja, aber Sie müssen mit Bargeld zahlen, weil wir haben hier gerade wieder einen Stromausfall, die unsere Kartenleser gehen nicht. Ja, und wenn es dann aber kein Bargeld mehr gibt, dann bist du einfach angearscht. Das Gleiche gilt ja nicht nur für die Kartenleser, die nicht mehr funktionieren, sondern wenn du das in dem Moment, wo die Kartenleser nicht mehr funktionieren, wenn du dann erst Bargeld abholen willst, dann ist es ja meistens auch schon zu spät, weil die ganzen Geldautomaten, die funktionieren ja auch mit Strom, ja, und da sich ja bei uns in Zukunft die Energiekrise immer weiter zuspitzt und auch die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen größer ist, sind wir da natürlich richtig angearscht, wenn wir uns vorher kein Bargeld abgehoben haben. Also das ist so mal das eine Thema, krimineller Missbrauch, wovor die Leute halt Angst haben, und das zweite natürlich auch die Angst vor dem Great Reset, ja. Das ist ja auch ein großes Thema, das Bargeldverbot und das World Economic Forum, ja, unter Führung von Klaus Schwab, die möchten ja den Great Resets und nutzen dafür den Slogan, ja, you will own nothing and you will be happy. Auf Deutsch, du wirst nichts besitzen und trotzdem glücklich sein. Und da ist natürlich verständlich, dass über dieses Weltbild, ja, nicht jeder glücklich ist und sich damit halt abgeben möchte, sondern dass man sich dagegen wehren will. Und ein Thema von diesem Great Reset ist wie gesagt die Abschaffung des Bargeldes, ja, und einer digitalen Währung. Und da muss man natürlich wissen, das Geld gibt es ja heutzutage auf zwei Arten, ja. Wie gesagt, einmal Bargeld und einmal, wie gesagt, im Buchgeld. Und das Buchgeld gibt es heute eigentlich nur noch in elektronischer Form. Und eigentlich sind Kleider beide gleichwertig, ja. Ob du jetzt mit Bargeld im Supermarkt bezahlst oder mit deiner Karte mit dem Buchgeld, ist eigentlich wurscht. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, ja. Bei einer Bargeldtransaktion, da gibt es nur zwei Beteiligte, den Käufer und den Verkäufer, niemand anderes. Wenn du aber quasi Bargeld losbezahlst, ja, mit deinem elektronischen Geld, mit deiner Karte, dann gibt es immer drei Beteiligte. Es gibt den Käufer, den Verkäufer und einen Finanzdienstleister, der dazwischen ist, ja. Zum Beispiel eine Bank, eine Kreditkartenfirma, irgendwelche Bezahldienste, ja. Und dieser Dritte bekommt auch immer alle, erstens alle Daten zur Verfügung, ja, die in der Transaktion passieren. Und er hat natürlich auch immer die Möglichkeiten, diese Transaktion durchführen zu lassen oder nicht durchführen zu lassen. Also er kann im Zweifel, ja, diese Informationen an andere weitergeben, zum Beispiel an den Staat, oder es können auch ungewünschte Transaktionen blockiert werden. Und somit besteht halt durch dieses bargeldlose Bezahlen immer die Möglichkeit, dass die Bürger aufgrund ihrer Zahlungsströme erstens besser kontrolliert werden könnten, besser überwacht werden könnten und wie gesagt auch gewisse Einschränkungen durchgesetzt werden können, wenn sich die Bürger nicht so verhalten, wie sie sollen, wie was ja zum Beispiel in Kanada bei den Trackern gesehen haben. Dort hatten ja die Kanadier gegen Corona-Maßnahmen demonstriert und verschiedene Straßen blockiert. Ja, und daraufhin hat der Premierminister den Notstand ausgerufen, dann sind die Notstandsgesetze in Kraft getreten und damit konnte ja einfach die Konten der Trucker, ja, einfrieren und die bekamen dann kein Geld mehr. Und ich meine, wenn du Bargeld in solchen Situationen hast, dann kannst du solche Proteste länger durchhalten. Wenn du aber kein Bargeld hast, ja, und ja direkt auf dein digitales Online-Konto angewiesen bist, dann bist du einfach angearscht, wenn deine Konten eingefroren werden. Dann ist Game Over. Das heißt, Proteste sind da nicht mehr möglich. Und du siehst also, ja, diese Szenarien, von denen ich gerade spreche, die finden ja nicht nur in irgendwelchen kommunistischen Ländern statt oder in irgendwelchen Diktaturen, nein, auch bei uns in der westlichen Welt, wie man am Beispiel von Kanada gesehen hat. Also das ist eine der großen Ängste in Great Reset, dass wenn du ein bargeldloses System hast, dass das Ganze quasi ausgenutzt wird vom Staat, dass du einfach dann auch keine Finanztransaktionen mehr durchführen kannst, wenn du einfach eine andere Meinung hast und gegen den Staat rebellierst. Und ein zweiter großer Fakt ist noch, der hinzukommt, ist, dass durch dieses bargeldlose Verhalten, ja, auch die Bürger noch mehr enteignet werden in der aktuellen Zeit. Weil seit der Krise, seit der Finanzkrise von 2008, ja, haben wir ja nur noch ein massives Gelddrucken, eine massive Schuldenaufnahme, ja, das System wird ja nur noch über diese ganzen Schulden am Leben gehalten, ja. Gerade erst vor kurzem bei Corona haben wir es wieder gesehen und auch jetzt wieder, wo wieder viel Geld gedruckt wurde, um auch den Krieg zu finanzieren. Und deswegen, weil so viel Geld gedruckt wurde, ist das Geld natürlich entwertet worden, ja. Die Zinsen sind massiv in den Keller gegangen und die Geldmenge wurde natürlich massiv aufgebläht. Und durch die Entwertung des Geldes ist natürlich das Vermögen geflüchtet, die Leute, die Vermögen haben, die sind natürlich in Sachwerte geflüchtet, weil sie gesehen haben, unser Geld ist nichts mehr wert. Und dadurch hast du natürlich eine riesengroße Inflation in diesen Sachwerten gehabt, ja, bei Immobilien, bei Aktien. Die sind ja extrem im Wert gestiegen in der Zeit. Aber Ende 2021 ging das auch doch nicht mehr richtig weiter. Und dann ist die ganze Inflation irgendwann auch in die normalen Konsumgüter übergeschwappt. Und dadurch haben wir jetzt natürlich eine massive Inflation, weil das Geld halt nichts mehr wert ist. Und das wird natürlich durch die Energiekrise noch massiv verstärkt. Und eine Gefahr ist, wenn wir so eine aufgeblähte Geldmenge haben, wenn wir so viele Schulden haben und die Zinsen so niedrig sind oder sie sogar negativ sind, wie sie ja teilweise waren, ja, dann gibt es natürlich Negativzinsen und es gibt Einlagegebühren, Kontogebühren. Das heißt, wenn du dein Geld dann auf dem Konto hast und nicht in Bargeldform, ja, dann zahlst du Strafe dafür. Dann wird dein Geld entwertet. Vor allen Dingen jetzt, wo unsere Zinsen ja niedriger sind als die Inflation, verlieren wir ja sowieso an Wert, ja, weil diese Differenz ist das, was wir an Geld verlieren, weil du einfach weniger Zinsen auf dem Konto bekommst, als dass dir das Geld entwertet wird durch die Inflation. Jetzt muss ich aber dazu sagen, diese Gefahr, ja, von Einlagegebühren, von Negativzinsen, die ist jetzt erstmal gebannt, ja. Die EZB hat natürlich die Zinsen wieder erhöht. Erst gestern sind die wieder um 0,75% erhöht worden. Die FED erhöht ja schon seit längerer Zeit die Zinsen. Also damit gibt es natürlich auch wieder Zinsen dann bei den Banken, die jetzt zwar nicht sonderlich hoch ist, aber damit ist zumindest erstmal die Enteignung über diese Strafzinsen, über diese Strafgebühren erstmal gebannt. Könnte man zumindest glauben, weil durch die hohen Zinsen, ja, die jetzt, durch die Zinsen wieder nach oben gegangen sind, ja, die FED hat die Zinsen erhöht, die EZB hat die Zinsen erhöht, dadurch gehen auch die Bankzinsen nach oben und dadurch machen natürlich die Volkswirtschaften jetzt die Grätsche, ja, weil die ganzen Volkswirtschaften, die ganzen Firmen, die wir ja haben, die sind ja auf Kredite angewiesen, gerade in der jetzigen Zeit, wo ihnen das Geld ausgibt, weil eine Krise nach der nächsten kommt, ja, sind ja, ist der Fremdkapitalenteil bei den Banken noch weiter gestiegen, weil ihr ganzes Einkapital verbraucht wurde durch die ganzen Krisen. Deswegen brauchen sie noch mehr Kredite und wenn die Kredite jetzt aber immer teurer werden, ja, wenn sie jetzt immer mehr Zinsen dafür zahlen müssen, dann ist es einfach ein massives Problem für die Wirtschaft und deswegen rutschen die Wirtschaften jetzt auch in die Rezession, neben der ganzen Energiekrise, die wir haben. Wir sehen es, die USA ist jetzt in die Rezession gerutscht, Deutschland rutscht in die Rezession, die Wirtschaften werden quasi kaputt gemacht und jeden Monat wird es immer schlimmer und demzufolge sind wir eigentlich in einer Art ausweglosen Lage, ja, entweder tun die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und machen dadurch die Wirtschaften kaputt oder sie lassen die Zinsen niedrig und dann haben wir das massive, ja, Inflationsproblem. Und weil wir in dieser ausweglosen Lage sind, ja, wir also die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, könnte es sein, dass genau deswegen vielleicht einige Länder jetzt auch massiv, ja, einen Krieg provozieren, weil man sagt ja immer, ein Krieg, ja, reinigt alles und danach wird alles wieder auf Null gesetzt, ja, vielleicht ist damit ja genau auch der Great Resets gemeint und deswegen war einige Nationen, ja, zum Beispiel die USA jetzt einfach keinen Ausweg mehr aus der Lage sehen, deswegen provozieren die jetzt so massiv einen Krieg, ja, wie sie es jetzt ja mit den Sanktionen gegen China machen, wie sie es mit der Zerstörung der Pipeline, der Nord Stream Pipeline gemacht haben und generell, wie sie ja agieren, auch in dem ganzen Ukraine-Krieg. Also ich denke mal, dass es für die jetzt der einzige Ausweg ist und die das jetzt massiv provozieren, weil die einfach mal wieder einen Krieg brauchen.